Musik Ich würde das Jugendbarockmusikfestival weiterempfehlen, weil ich denke, dass man im Bereich Musikvermittlung noch einiges tun kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass junge Menschen weiter Barockmusik erleben können. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Wir haben uns in vielen Dingen auch ergänzt. Also er ist ja mehr Musik interessiert als ich. Ich bin eher der Organisatorische und so hat sich das dann ganz gut ergänzt. Ich mag auf jeden Fall Barockmusik und ich mag es vor allem, junge Leute zu Barockmusik zu nennen, weil ich glaube, dass Barockmusik in Sauchmusik potential steckt. Es ist ja ein Motto, es ist ein Crescendo, also von klein bis ganz groß. Von jungen Menschen, für junge Menschen, nicht nur für junge Menschen, aber auch für junge Menschen gemacht wird. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges, tolles Projekt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020